Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunner Gaming und heute spielen wir, wie ihr sehen könnt, eine Runde King of Retail. Das hier wird auch die letzte Folge von King of Retail sein, denn ich sehe nicht mehr so wirklich den Sinn, dieses Spiel zu spielen, weil erstens dauert dieses Spiel wirklich ewig und zweitens macht es irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock. Also ich habe einfach irgendwie keine Lust mehr davon und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mache heute die letzte Folge davon. Es könnte aber noch sein, dass irgendwann eventuell mal ein Video davon kommt. Wann das sein wird, weiß ich nicht, aber es könnte natürlich noch sein, dass es dann irgendwann ein Video mal wieder gibt. Mal sehen, ne? So, wir werden jetzt hier erstmal den Tag beginnen, würde ich mal sagen. So, let's go! So. Perfekt, wir müssen erstmal hier wieder Steuern zahlen, Alter. Ey, immer diese Kacke hier. So. Okay, wir sind auch wieder auf dem richtigen Account, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, sind wir. So, da sind wir dabei. Da ist Prümer. Ach, wir haben ja in der letzten Folge übrigens einen Mitarbeiter geholt. Tikel hinzufügen, Tikel hinzufügen. Okay, perfekt. Alles ist leer. Ach, da kommt ja unser netter Lieferer. So, wir tun hier erstmal alles. Es ist nicht genügend Platz für hier. Okay. Gut, wir machen jetzt hier erstmal alles voll. Moin, James! Ach, du weißt gar nicht James. Janis. Sorry, Janis. Hab deinen Arm vertauscht. Okay, davon haben wir keine. Davon haben wir welche. Ich hab keinen weniger, ne. Ne, ich kann euch leider nicht helfen. Ja, okay, komm, ich helfe dir. Dann halt. Und, ob's. Ach, komm. Okay, zieh Leine, Alter. Raus mit dir. Ich kann ja jetzt ihn auch hier anklicken, ne. Hallo. Fähigkeiten reden. Nö. Du arbeitest mal schön. So, moin ihr. Oh, warum scheint denn jetzt die Sonne? Ich seh hier nichts. So. A little help. Nein, ich helfe dir nicht. Ich hab keinen Bock, dir zu helfen. Jetzt hat meine Uhr wieder hier gekriegt, ne. Ach so, wir können hier weiter im Lager aufräumen, merke ich gerade. So. Mann, wir haben hier aber auch echt nichts mehr, ne. Okay. So, ist wieder gefüllt. Oh, alles voll. Hey, can you help me? Nein, ich helfe euch nicht. Moin, bleiben Sie hier. Nein, du bleibst hier. Du bleibst hier. Bleib hier. Moin, ihr Blöden. Wisst ihr was? Ich mach jetzt den Kollegen hier mal kurz. Zum Aufgabezuführer, Begrüßer, Verkäufer. So. So, wenn wir jetzt eine Frage haben, dann hilft er denen. Ja, einfach mal gehen, ne. So. Wir lassen das hier mal durchlaufen, damit wir hier auch schneller... Excuse me. So, der hilft jetzt denen. Das ist doch sehr nett. Danke, Janis. So machen wir natürlich sehr viel Umsatz. So. Babs. Dün, dünn. Hey, can you... Excuse me. Dün, dünn. Danke. So. Der Janis hilft lieber die Frauen anstatt den Männern. Haben wir ja gerade gesehen, ne. Boah, was? Wir haben schon fast 1000. Ja, jetzt macht er eine Pause. So. Hey, have a minute. Nein. Boah, was? Wir haben jetzt 1095 Euro. Ah, Janis. Da bist du ja wieder. Sag mal, sei die Zwinge oder was? Warum habt ihr das gleiche an? Okay. Dün, 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 dün. Hey, can you help me? Hi. Spare 2 seconds. Hey. Boah, die wollen ja alle geholfen werden. Ich hab's auch nicht so viele Mitarbeiter. Merk' gerade, dass hier alles leer ist. So. Warten Sie. Kommen wir. So. Boah, der hat mir alles leer gekauft, Junge. Nee, ich muss jetzt hier kurz Sachen auf. Na gut, ich hab gar keine Sachen mehr. Perfekt, geil. So, ich muss mal kurz ins Lager. Sachen auspacken. So. Wir haben tatsächlich einfach gar nichts mehr. So. Moin. Okay, so. Hey, can you help me? Hi. Spare 2 seconds. Nein. Thank you. So, ich komm ja schon. Thank you. So. Hey, got a second? Have a minute. Fight. Boah, wir haben fast 2000. Oh, jetzt kommen die drei. Geil. Thanks. Hey, can you help me? Hey, got a second? Nein, ich will die hier abkassieren, so. So. Einmal hier schon wieder alles auffüllen. Ich will die hier abkassieren, so. Okay. Kasse machen wir jetzt natürlich einmal. So. Janis, du kannst nach Hause. Ich bezahle dich doch hier nicht die letzte Stunde auch noch, Alter. Perfekt. Perfekt. Okay, fertig. Tag beenden. Yes. Wir haben einfach 2069 Dollar verdient, Alter. Das ist wirklich, boah, ein sehr hoher Gewinn. Ich glaube, wir sollten mal auch langsam so einen zweiten Kollegen hier einstellen. Erfahrung. Ich hatte mein, ich unterrichte Kundenservice an den Abendberater für eine Sicherheit für Marketing. Vorstellungsgespräch. Ich brauche jemanden als Kassierer. Verkäufe. Kassen ist die Scheiße. Okay, dann würde ich sie einfach als Verkäufer einstellen und dann einfach, joa, den anderen dann halt wieder. So. Okay, dann halt hier. Okay. Einstellen für 17 Dollar. Let's go. So, gut. So, was war jetzt nochmal das blaue? Kassierer, genau. So, sie ist dann jetzt hier Verkäufer. Äh, die für den ganzen Tag. So. Dann einmal eine Pause hat die um 12 Uhr. Zack. Hat sich der Lack. So. Okay. Vielleicht könnten wir sogar noch einen einstellen für irgendwas. Sicherheit brauchen wir nicht. Marketing vielleicht. Ja, doch, Marketing wäre eigentlich auch ganz gut. Kassenab-Marketing, ja. Okay, ich glaube, ich stelle die hier auch nochmal für... ...für Marketing ein. Hier, wer betreiben da. So. Ein bisschen windig tatsächlich heute. So, die hat um 14 Uhr Pause, damit die Mitarbeiter sich hier auch nicht überlappen. So immer unterschiedlich, so. Hallo, lass mich nochmal hier raus, danke. Dann gehen wir hier mal kurz drauf. Und gehen auf Bestellungen. Und gehen auf Verkäufe nachstellen, so. Dann einmal auf Artikel bestellen, so. Perfekt, danke sehr. Okay, Leute. Ich würde aber auch erstmal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Globe, bei der es unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, euer Sandu. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.